Ich bin nun in Würzburg, wo vom 26. bis 29. Mai 2023 das 34. Afrika-Festival stattfand. Es ist das mittlerweile größte Afrika-Festival Europas. Und für mich das schönste Afrika-Festival, was ich in Deutschland oder in Österreich bisher sehen konnte. In diesem Afrika-Festival gibt es eine offene Bühne, wo regulär jeden Tag viele Künstler und DJs auftreten. Und so gibt es eine geschlossene Bühne, wo verschiedene Künstler mit einem speziellen Ticket besucht werden können. In diesem Jahr waren Künstler der geschlossenen Bühne Johanneta Euker, Zona Jopate, Elida Almeida, Numfusi, Jukak Hansa und Family, Vater Freddy, sowie Chakil Nakiri und Marles Gost. Selbst mit einem normalen Eintricks-Ticket, was man jeden Tag an der Kasse vor Ort erwerben konnte, hatte man die Möglichkeit, so viele faszinierende Dinge und Musikstile wahrzunehmen und zu erleben. Dieses Festival, was in Würzburg jedes Jahr am Pfingstwochenende stattfindet, wird jedes Jahr von tausenden von Besuchern erlebt. Bei guter Stimmung hielten in diesem Jahr die DJs Heidson aus Jamaika, DJ Valdilov aus Angola, DJ Kattu Diosis aus Uganda und DJ Fregen aus Nigeria, alle Besucher dieses Festivals. Mit dabei waren unter anderem Fashion-Made in Afrika von der Modeschöpferin Rama Diaba aus St. Louis Senegal, wie viele Jahre schon zuvor. Wie die gandianische Akrobatik- und Straßenparade, die bereits seit Jahren mit dabei ist, Bestandteil dieses Festivals ist. Ebenso ist seit Jahren Ibu, der Geschichtenerzähler, beim Afrika-Festival mit dabei. Neuem Programm war in diesem Jahr Nikis Kindermusik, die ebenfalls auf der offenen Bühne zu erleben war. Künstler der offenen Bühne war in diesem Jahr Ludmilla Mekeron aus Santiago de Cuba, Tabile aus Südafrika, Melanie und Band, die afro-deutsche Sängerin mit kongolesischen Wurzeln, Erbe Sam von Dakar, Nina O'Gott von Kenia, sowie Zeni Kamara aus Senegal und Kendi Guerra von Burkina Faso. Das gesamte Musikprogramm war wieder einmal erste Sahne. Es war erstklassig zusammengestellt. Für jeden Geschmack, denke ich, wieder etwas dabei. Es waren ganz verschiedene Musikrichtungen und Stile zu erleben. Wobei ich das überhaupt urteilen kann, denn ich komme gerade einmal seit 2018 zu diesem fantastischen afrikanischen Festival in Würzburg, das ja, wie gesagt, schon zum 34. Mal stattfand. Und ich sehr beeindruckt davon bin, immer wieder Menschen zu begegnen bei diesem tollen Festival, die bereits seit 10, 20 oder bereits über 20 Jahren jedes Jahr dieses fantastische Festival besuchen. Dieses Jahr prägte das Festival das Motto der Sängerin Nule Dube aus Südafrika, Tochter von Lucke Dube, Different Colors on People. Moderatorin dieses fantastischen Festivals ist wie schon seit einigen Jahren Sarah, die das ganz vorzüglich macht und alle mit ihrer Art und Weise sehr begeistert. Anlässlich des 10. Fotostag von Nelson Mandela in Südafrika, liebevoll Madiba genannt, zeigte man noch einmal Fotos von diesem Mann. Diese wurden von den international bekannten Fotografen Jürgen Schadeberg gemacht, der leider bereits 2020 verstorben ist. Niemand hat die Fotogeschichte Südafrikas stärker geprägt als er. Wie bereits seit Jahren immer wieder dabei, Arte Open Air Kino. Auch hier konnte man wirklich ein aufschlussreiches Programm erleben, da es einige Dokumentarfilme der verschiedenen Bereiche aus Afrika zu sehen gab. Fehlen durfte natürlich auch nicht, dass Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, um Willi, Ein Herz für Kenia oder Barb Schildrenn-Fundation über Arbeit aufklären. In all der Fülle dieses doch großartigen Festivals, in der Programmgestaltung, konnte ich mir meine eigenen Eindrücke noch von diesen vielen Dingen machen, die ich bei diesem Afrika-Festival sehen konnte. Es wurde bei diesem Festival wirklich vieles angeboten, von Naturprodukten wie Seifencremes, Tees aus Afrika, vielen Stoffen, Handarbeiten, künstlerisch gestalteten Werken aus Metall, Holzschnitzereien, Skulpturen, die wirklich sehr einzigartig in ihrer Art und Weise Herstellung waren, ebenfalls Produkten aus recycelten Materialien. Es ist sehr einzigartig zu sehen, was man alles aus Cola oder Blechdürzen machen kann, sowie aus alten Müllsäcken. Es ist einfach faszinierend für mich, all das zu sehen, was Menschen in Afrika aus diesen Produkten machen können. Nicht zu vergessen natürlich die wunderschönen Schnitzereien, die es mir einfach angetan haben. Bei diesem Festival gab es auch wieder Projekte zu sehen von verschiedenen gemeinnützigen kleinen Projekten in Afrika, die mit den verschiedensten Nähtechniken einfach ihren Lebensunterhalt verdienen und einfach damit Projekte auch gefördert werden durch den Erlös dieser Produkte. Ich möchte nicht vergessen zu erwähnen, dass alle Mitwirkende bei diesem Festival einfach sehr viel Lob und Engagement auszusprechen ist und immer wieder so ein großartiges Festival auf die Beine zu stellen. Ebenfalls am besten Dank an die wirklich gute Bewertung dieser verschiedenen internationalen Gerichte aus Afrika. Ich selbst bin großer Fan der Abendveranstaltungen und das Afrika-Festival beginnt bereits im Dezember mit dem Verkauf dieser Karten und ich kann nur jedem den Tipp geben, der alles von dem Festival mal erleben möchte, alle Veranstaltungen besuchen möchte, bereits im Dezember auf die Suche zu gehen nach diesem Kartenerwerb, nach dem Programm, denn es ist wirklich etwas Einmaliges an allen Veranstaltungen teilzunehmen und ich glaube, die meisten, die das einmal getan haben, die kommen immer wieder. Jedenfalls ist es meine Feststellung, dass es doch eine große Fangemeinde gibt, die da in jedem Jahr schon rechtzeitig auf der Suche sind und wirklich an allen Veranstaltungen teilnehmen möchte. Und ja, wie gesagt, der Verkauf dieser Karten beginnt bereits im Dezember. Ich kann einfach nur sagen, vielen Dank für dieses tolle Festival und ich komme ganz sicher wieder.